Ich cheate nicht, Patti, wie oft du noch? Ich cheate nicht. Ich bin einem ganz normalen Versteck, Patti. Du meinst, ich kenn das in deinem Video, wo du mit Clash Gums Prink machst. Ach, du meinst Kevin das Ei. Clash Gums. Clash Gums, ah ja. Du wolltest ja hier die Lava rushen. Du hast mich gewascht, ich cheate. Ich cheate nicht, ich hab's dir doch eben schon gesagt. Ich cheate das Video. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu euch auf meinem Kanal. Und oh mein Gott, es ist so lange her. Heute gibt es endlich wieder eine Folge Hight & Sieg hier in Stumblegeist. Und nicht alleine, nicht mit Lukas, nicht mit Kevin, nicht mit Max, nicht mit sonst irgendjemandem. Heute ist Patti am Start. Oh, so ein richtig kleiner Mann, richtig süß, richtig korrekt. Und wir werden ihn heute ein bisschen prägen, denn ich hab so krasse, ultimative Hacker-Verstecke in Hight & Sieg gefunden. Das habt ihr noch nicht gesehen und deswegen bleibt bis zum Ende dran, lasst ein Like und ein Abo da. Schaffen wir 10.000 Likes. Dann gibt's eine Folge 2. Oh, das muss ich sagen. Ja, aber nicht viel. Ich endet mich im Discord noch jetzt rein ins Video. Let's go! Ist der der echte? Lumex? Wow! Lumex! Wenn die ein Foto machen? Lumex! Ja, okay. Pass auf. Wir können später ein Foto machen. Wir machen jetzt aber erst mal eine Runde. Wir machen jetzt aber... Lumex! Bist du noch da? Halt's mal jetzt! Jedenfalls machen wir eine Runde Hight & Sieg. Und wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, gegen mich zu gewinnen, bekommst du 20.000 Stummel-Tokens! 20.000? Ja! Wow! Ich würde gar nicht so viel labern. Pass auf, wir gehen direkt rein in die erste Runde. Lumex? Ja. 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 Kann ich auch 20.000 V-Bucks haben? Ja. Dann kriegst du halt 20.000 V-Bucks von mir aus. Ich will zeigen, wir gehen rein ins Video! Ja! So, da sind wir in der ersten Runde hier auf der Map... Wow! Fluff... Weißt du, wie so ein Verstecken funktioniert, ja, oder? Äh, ich glaub schon, ja. Okay, ich würd sagen, schau mal. Ähm, ich krieg jetzt... Ja? Ich bin der Weihnachtsmann! Und ich bin der Osterhase. Ja. Okay. Wow! Ich stell jetzt einen Timer auf 30 Sekunden, ne? Und dann hab ich jetzt 30 Sekunden Zeit, um mich zu verstecken, ne? Und du hast dann zwei Minuten Zeit, um... Alles gut bei dir? Ja, ja. Ja, warum? Ich hab jetzt drei Sekunden Zeit, um mich zu verstecken und du kriegst dann... Du kriegst dann zwei Minuten Zeit, um mich zu suchen. Ich würde sagen... Ich würde sagen, meine drei Sekunden laufen ab jetzt. Du kannst mich da einmal jetzt hier so hinstellen, guckst nach hinten, ne? Und ich versteck mich jetzt, okay? Okay. Ich, äh, bin gespannt, ob du mich auf jeden Fall hier finden wirst. Weil ich hab nämlich auf jeden Fall, äh, hier richtig krasse Verstecke rausgesucht. Äh, ich hab auf jeden Fall... Ja? Was muss ich hier machen? Du musst mich gleich suchen, wenn der Timer vorbei ist. Hä? Aber wir spielen doch... Hides Sieg! Hides Sieg, ja, und du musst mich da suchen. Aber ich, äh, bin gerade bei mir, mich nur zu verstecken, weil... Moment, ich hab's gleich. Okay, ähm, der Timer ist jetzt auch direkt vorbei. Das heißt, du darfst jetzt kommen und mich suchen auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall... Ja, was ist los? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Alles gut, guck mal. Ich stell jetzt hier einen Timer auf, äh, auf zwei Minuten. Und der läuft ab jetzt... Werks, wo bist du? Äh, ja... Werks? Ich weiß nicht. Du musst gucken, wo ich bin. Ich kann überall sein. Werks? Wo bist du? Komm raus! Ich find das nicht lustig! Ich kann überall sein. Ich find das nicht lustig, wenn du so machst, Mann. Ich kann überall sein. Du musst nur richtig nachschauen. Dann findest du mich auch. Du musst nur überall richtig gucken. Mach doch mal meine Brille. Also, du hast jetzt noch eine Minute dreißig Zeit. Äh, was? Ne. Du bist noch wenig, Alter. Hä? Du hast richtig viel Zeit. Du musst doch richtig gucken, Patti. Wo soll ich denn gucken? Ich will schon am Ende... Dann lauf doch mal zurück. Pass auf. Du kriegst ein bisschen extra Zeit. Ich geb dir einen Tipp. Du musst ganz am Anfang schauen. Okay, Patti? Ganz am Anfang? Ganz am Anfang musst du schauen. Aber ich hab da so geguckt. Ja, da musst du mal richtig nachschauen. Ich bin nämlich hier am Anfang versteckt. Aber wenn ich da so richtig geguckt hab, wie das ist ein Game. Komm einfach zum Anfang. Glaub mir. Ich erzähl doch kein Müll. Du bist jetzt. Wo bist du denn, Patti? Du bist auch zu chitten. Was? Zu chitten, ne? Du meinst... Du meinst cheaten. Ja, nein. Ich cheate nicht. Ich hab ein ganz am Anfang versteckt. Du hast jetzt noch 45 Sekunden. Komm zum Anfang. Na, hör mal. Tipp. Ich bin... Ich bin auf der Spawn-Plattform, okay? Ich bin auf der Spawn-Plattform. Na, hör mal. Du bist hier nicht, Alter. Was ist denn mit dir? Guck mal hinten. Vielleicht bin ich da, ja? Nee. Nee. Bist ich hier. Bist ich hier, Mann? Du hast jetzt noch 20 Sekunden. Du drohst mich, du. Ey, jetzt fang doch nicht an zu weinen, Mann. Hallo. Wir weinen doch jetzt nicht. Du hast noch 10 Sekunden... Ja, aufzuweinen. Lass mich mal wieder drauf zu weinen. Ich bin an der Weine, das ist mein voller Geschenk gebungen. Okay, der Timer ist leider vorbei. Soll ich dir zeigen, wo ich mich versteckt hab? Komm mal her. Stell dich mal... Siehst du links diese Wand da, diesen Würfel? Stell dich mal an den Würfel ran. Ja, ich bin da. An den Würfel, an die Treppe quasi. Wo ist denn der Würfel? Also, stell dich da... Bin doch jemand! Geh zur linken Treppe. Ey, ich bin so linken, Ari! Geh zur linken Treppe und stell dich da an die Wand mal ran. Ja? Einfach hier an die Wand ran. Lauf dagegen, lauf gegen die Wand. Ja. Lauf dagegen, lauf, lauf weiter, lauf weiter. Ja? Lauf weiter. Aha. Ey, du hast wieder gecheatet, Mann! Ey, ich hab nicht gecheatet! Du hast gecheatet, wie willst du noch mal reinkommen, Alter? Okay, guck mal, das ist jetzt eins für mich, Party. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Okay, hast du auch neues Glück jetzt gleich zu gewinnen? Okay. Okay, komm mal ganz kurz her. Ich umarme dich nochmal auf Füße. Komm her, ich hab dich dauernd nie, Party. Party, komm her! Lass dich umarmen. Oh, mein Schmuck, bitte doof! Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Let's go! So, Leute! Ich bin jetzt gerade noch gemutet, wir sind in der nächsten Runde drin. Der Kleine wollte jetzt hier Lava Rush spielen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal fair zu spielen, dass er vielleicht auch gewinnt. Weil der ist, der freut sich auf jeden Fall richtig auf seine Stumble Tungs oder V-Bucks, was auch immer er am Ende haben will. Auf jeden Fall habe ich noch richtig krasse weitere OP-Verstecke, die er selbst noch nicht kanntet, wie eben das gerade schon. Das wäre so richtig geil, deswegen bleibst du wieder dran. Ich würde sagen, hier mit mich und wir gehen rein in die nächste Runde. So, Party, bist du da? Ich bin da! Guck mal, du wolltest ja hier die Lava Rush spielen. Du hast mich gewaschen, ich cheate! Ich cheate nicht, ich hab's dir doch eben schon gesagt. Let's cheat das Video! Guck mal, du wolltest doch hier Lava Rush spielen. Guck mal, jetzt darfst du dich verstecken, okay? Das heißt, du kannst jetzt hier in Easy Rain, du brauchst nur ein gutes Versteck. Okay, okay! Ich würde sagen, die Map ist ein bisschen größer, du kriegst eine Minute, okay? Ja. Ich werde mich gut verstecken, mein Spiel jetzt wieder! Ah, jetzt ist es okay. Ich würde sagen, deine Minute läuft ab jetzt zu Hause, ab jetzt eine Minute. Go! Ich muss jetzt Zeit, um sich zu verstecken. Guck mal, ich guck's. Ja. Ich schaff das nicht, das ist doch schwer. Du hast doch 40 Sekunden, du musst dich vereilen, Mann! Ich bin dabei, ich geb schon ganz! Was? Nur Max! Nur Max! Ja! Ich glaub, ich bin ready! Bist du schon versteckt? Ich bin ready! Sicher! Ja! Okay, mein Timer läuft jetzt zwei Minuten, laufen ab jetzt und ich mach mich hier auf den Schnurrstraxivigi, um dich hier zu finden, ne? Ich hab Angst! Ich hab Angst! Warum bist du eigentlich so schwerluftig? Nein! Ich hab dich noch gar nicht gefunden, Patti! Hey, wo bist du denn? Hä? Patti! Hey, wo bist du denn? Ich hab dich gar nicht gefunden. Hey, warum? Warum? Wo bist du denn, Patti? Wir wollen das! Hey, wo könntest du nur sein, Patti? Hm. Hast du mich gar nicht gefunden? Hm. Wo könnte Patti nur sein? Hey, Patti, wo bist du denn? Ich hab nur noch eine halbe Minute jetzt! Ich bin versteckt! Hm. Hä? Wo bist du denn, Patti? Darf ich dir was singen, Lumix? Ja? Ja! Lumix, ich bin der Beste! Lumix, die Schlechte! Ich bin der Beste! Neeein, Lumix ist doof! Ich haue dich tot! Das gibt eine Revanche! Ich will nicht... Lumix ist doof! Der Timer ist vorbei, Patti. Es tut mir echt leid für dich. Das ist Timer! Ich bin der Reiman! Mach mal dein Auto-Tür und Aus-Party. Das ist für große Leute. Du kannst das gar nicht. Sorry, sorry. Ja, da steht es jetzt 2 zu 0. Du hast es nur gelungen, du hast Cheats! Alles gecheatet! Patti, wir gehen rein in die nächste Runde und da hast du jetzt richtig Glück, denn da kannst du nämlich jetzt richtig abstauben, okay? Aber wir machen... Kann ich noch die V-Bucks bekommen, bitte! Ja. Wenn du gewinnst, wir gehen rein in die nächste Runde und da... Ich kann nicht mal abholen, Lektor! Ja, dann musst du jetzt die nächste Runde gewinnen, Patti. Streng dich an. Wir gehen rein in die nächste Runde. Was? Let's go! So, Leute, die nächste Runde hat gestartet. Ich bin eben nochmal ganz kurz gemutet. Ich habe auch hier auf Jungle Road ein richtig krass neues OP-Versteck. Also, der wird keine Chance haben, der Kleine. Ich würde sagen, wir haben den Mute-Notes und dann gehen wir rein in die nächste Runde. Let's go! Wo bist du? Äh, Patti, ich bin hier. Äh, warum läufst du eigentlich schon los? Ich bin jetzt dran mit Verstecken wieder, du weißt. Hallo, da bist du. Hallo. Hi. Was geht? Guck mal, ich kriege jetzt wieder... Ich würde sagen, wir bist ein bisschen größer. Ich kriege eine Minute Zeit, um mich zu verstecken. Und der Timer läuft genau ab jetzt. Weißt du, das heißt, du kannst da warten und ich verstecke mich jetzt, Patti, okay? Let's go! So, darf ich fragen, wie alt du eigentlich bist, Patti? Äh, ich weiß nicht, ob meine Mama das glaubt. Achso, darfst du nicht sagen, wie alt du bist? Ich, äh, in welche Klasse gehst du, Patti? Darf ich nicht sagen. Darfst du nicht sagen? Mama hat gesagt, ich soll das nicht sagen. Okay. Ich kenne gar nicht Lumix. Achso, okay. Ja, nee, du hast recht. Das ist richtig so. Ich habe nur noch 28 Sekunden. Ich muss mich total beeilen, Mann. Oh mein Gott. Oh, Max. Lumix. Ja, ich freue dich mal nicht zu früh. Lumix, darfst du nicht zieten. Ich cheat nicht. Wenn du wieder zieht ist, bin ich sauer. Nee, alles gut. Entspann dich, Patti. Ey, ja, ich bin jetzt... Okay, ey, ey. Patti, du kannst gleich kommen. Äh, ich... Komm! Ich bin versteckt, du kannst, komm! Ich komm, Lumix. Deine... Du kriegst auf Ehre jetzt 2 Minuten 30, weil die Map ein bisschen größer ist. Das heißt, der Timer läuft ab jetzt. Und ich bin echt gespannt, ob du mich finden wirst. Was? Oh, Patti, oh mein Gott. Du tust mir so leid. Was meint er? Äh, äh, du tust mir gar nicht hin. Ich habe auch extra nicht so ein schweres Versteck diesmal genommen, damit du mich sogar finden kannst. Okay? Lumix. Ja. Du weißt, wo du bist. Bist in der Palme. Och nein, Patti, guck da doch nicht. Das ist doch langweilig. Patti, komm schon. Seh dich doch in der Palme. Du kannst rauskommen, wenn du willst. Nee, nee. Aber du wirst, wenn du willst. Nee, ich warte jetzt hier, bis du kommst, Patti. Ey, liegt. Mein Stammbegast liegt. Dein Stammbegast liegt. Du bist reingefasst. Warum geht das nicht? Patti, ey, es steht aktuell 2-0. Du musst dich jetzt ein bisschen anstrengen, Patti. Kriegst du das eigentlich irgendwann mal hin, da drüber zu springen, oder? Was weißt du von mir, ey? Patti, Lumix, mob... Mob mich. Ach, Patti. Ach, Patti. Lumix, ich mach bald dies verging dich. Machs bald dies verging mich. Ja, okay. Komm erst mal jetzt in die Palme und guck mal. Du hast jetzt noch eine Minute, Patti. Guck mal, Patti, oben gibt's doch auch noch eine große Palme hinter dem Ziel. Du weißt doch. Guck da bitte nicht, Patti. Bitte guck da bitte, Patti, nicht da. Da bin ich nicht, Patti. Da guck nicht, Patti. Patti, ich bin da nicht. Ich bin da nicht, Patti. Oh, bitte. Patti, du hast noch 40 Sekunden. Beeil dich. Aber du bist ja wieder im Cheat. Nein, ich cheat nicht. Wo bist du denn? Ich bin am Ziel. Das ist ein kleiner Tipp. Ich bin am Ziel, Patti. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Du musst nur am Ziel gucken. Ich kann nicht, ich hab schon Brille auf. Da ist nix. Guck mal, am Ziel direkt. Da ist nix. Na doch. Nein. Patti, du hast noch neun. Da ist nix. Doch, ich bin am Ziel, Patti. Da ist nix. Doch. Zwei. Eins. Patti, der Timer ist vorbei. Es tut mir leid. Guck mal, Patti. Es war doch total einfach. Guck mal, bist du am Ziel, Patti? Guck mal, ich bin hier, Patti. Guck mal. Du hast wieder gecheatet, Alter. Hörst du mal auf, du cheatest, Mann. Ich hab nicht gecheatet, Patti. Sag nur einmal nochmal. Einmal. Patti, ich hab nicht gecheatet. Doofi, Mann. Doofi, Mann. Ja, guck mal. Also es steht jetzt 3-0 für mich. Darf man nicht sagen. Guck mal. Ich geb dir auf Ehre eine Revanche. Immer wieder. Ich hab kein Wort mehr mit diesem Spiel. Es steht 3-0. Guck mal, auf Ehre kriegst du jetzt noch eine Revanche. Guck mal, wir machen jetzt noch eine Runde. Warte, warte, warte. Ich mach das nicht so ernst. Bitte gib mir... Ja, wenn du noch eine Runde... Wir machen noch eine Runde. Wenn du da jetzt gewinnen solltest, dann... Aber bitte gib mir Stammeltogen. Ja, egal. Wir gehen rein in die nächste Runde, Patti. Let's go. So, Patti, die nächste Runde. Guck mal, jetzt extra für dich hier. Oh, von Ander. Hast du dir ja gewünscht. Warum auch immer. Äh, dann würde ich sagen, krieg ich jetzt hier 30 Sekunden wieder, um mich zu verstecken. Das heißt... Ja. Ich mach jetzt ernst. Hm, ich bin schon gespannt. Ich hab schon richtig Angst. Patti, du, ich zitter schon, ob du gleich so ernst machen wirst. Ich würd sagen, meine 30 Sekunden laufen ab jetzt. Du kannst dich also jetzt verstecken. Das heißt, du kannst jetzt loslaufen, Patti. Schnell, komm schon. Genau. Einmal spielig, Trude. Nee. Patti, du bist die ganze Zeit nur am weinen. Was ist denn los bei dir? Ja, weil ich... Doof ist. Du darfst das nicht gewinnen. Ich will V-Bugs für Fortnite. Patti, das geht so nicht. Du hast nur noch zwei Sekunden, Patti. Nein. Warte mal bitte. Komm. Du kriegst nochmal 20 Sekunden jetzt, Patti. Okay? Auf korrekt. Nochmal 20 Sekunden, weil ich nett bin, Patti. Okay? Mhm. Das geht gar nicht. Ach, Patti. Du hast noch 5, 4, 3, 2, 1. Warte, 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 warte. Eine Sekunde bitte. Eine Sekunde. Patti, das ist langsam unfair. Komm, komm, komm. Ja, okay, besser ist es mit deiner Nase. Das habe ich bei YouTube gewinnen. Ja, darf ich fragen, warum wolltest du auf euren anderen Party? Auf dem Moment gibt es gefühlt keinen Versteck, Patti. Patti, hä? Patti, wo hast du das Versteck auf euren anderen? Ich habe OP-P-Stick. Du hast ein OP-Versteck. OP-Versteck. Patti, hier gibt es aber nur ein Versteck. Und das, äh, ein OP-Versteck. Und das kennst du halt bestimmt nicht. Das, äh... Du hast es bei YouTube gesehen. Na ja, Patti, wenn du da jetzt bist, wenn du da jetzt bist, wo ich denke, dass du bist, dann, dann warst du wirklich komplett Patti. Dann, äh, dann wirklich F an dich, aber dann war das wirklich richtig los. Wenn, warte mal, sag, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt da bist, Patti. Patti! Patti, ich weiß ganz genau, dass du hier bist. Komm schon, komm raus. Komm raus, Patti, komm schon. Patti, Patti, komm raus da. Ich weiß, dass du da bist. Ich bin nicht. Patti, ich... Warte, Ende, du bist nicht bei mir. Ich bin nicht bei dir. Nein. Patti, wir wissen beide. Das ist das einzige OP-Versteck auf euren anderen. Du bist nicht bei mir. Warte, Ende. Patti, meine Zeit ist gleich vorbei. Und du bist da. Okay, meine Zeit ist vorbei, Patti. Du kannst aus dem Versteck rauskommen. Ich war hier nicht. Komm aus dem Versteck raus. Ich laufe schon mal nach hinten. Ich lau... Ich lau... Hä, wo warst du? Bei da oben. Nein. Lamek? Nein. Ich flüg nicht. Wahrscheinlich hast du zu. Du hast... Aber wieder verloren. Ja. Du hast... Du hast doch gar nicht verloren. Du hast mich gefunden. Hä? Hä? Du hast doch gar nicht verloren, Patti. Okay, okay, okay. Nein, dann würde ich sagen, Patti, jetzt 3-1 für dich. Komm, Patti. Ja. Wir machen eine letzte Entscheidungsrunde. Wenn du die gewinnen solltest, dann hast du die Challenge gewonnen. Okay, Patti? Okay. Okay. Dann rein in die letzte Runde. Okay, Patti, die letzte... Die letzte Runde hat begonnen. Das heißt, ich kriege jetzt hier 30 Sekunden wieder, um mich zu verstecken, wenn du mich finden solltest. Dann hast du diese Challenge gewonnen, okay? Ja. Dann würde ich sagen, meine 30 Sekunden laufen genau ab jetzt. Das heißt, wir können es wieder einmal umdrehen. Nach hinten laufen und ich verstecke mich jetzt. Und, ähm, ich muss noch mal ganz kurz weg. Warte noch mal. Warte noch mal ganz kurz. Warte noch mal ganz kurz. Warte noch mal, Patti. Ich bin ganz, ganz gemutet, Leute. Ich habe, finde ich, auch jetzt hier nochmal ein richtiges OP-Versteck rausgesucht. Denn, und zwar, ich muss gucken, ob ich das hier schaffe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber ist vom Prinzip her das Gleiche wie eben, äh, gewesen. Und, oh, oh Gott. Man darf ja nicht rausgekickt werden. Ihr seht das, Leute. Das ist ein bisschen, ein bisschen tricky. Aber, wenn man das einmal richtig hinbekommt und einmal richtig timet... Oh, ich bin wirklich kurz gemutet, Leute. Oh, der Timer hat schon geklingelt. Ich darf heute nicht sagen. Das ist schon länger, aber warte. Äh, Patti. Patti, ich bin gleich versteckt. Ich bin gleich da. Ganz kurz noch. Ganz kurz, Patti. Ich brauche noch fünf Sekunden. Okay, du hast ja auch ein bisschen länger Zeit bekommen vorhin, ja? Lumex? Ich bin gleich versteckt, Patti. Lumex, wann bekommen wir V-Bucks? Wenn du die Runde gewinnst, Patti, kriegst du V-Bucks. Wow. Okay, ähm, Patti, ich bin versteckt. Du kannst, komm. Okay, Lumex, ich bin auf dem Weg. Ja, deine, äh, zwei Minuten laufen aber jetzt, Patti, ja? Der Timer läuft. Lumex, bist du wieder in Palme? Ich bin vielleicht in der Palme. Ich weiß es nicht. Ich kann überall sein. Wow. Lumex? Ja. Wo bist du? Vielleicht in der Palme. Vielleicht bin ich auf dem Mond. Vielleicht auf der Sonne. Wer weiß? Wow. Hm, du wirst mich aber niemals finden. Au. Hm. Lumex? Tut das nicht weh, wenn du so hochgestachelt wirst? Lumex, wo bist du? Äh, ich bin in der Nähe von Stacheln. Lumex, ich weiß nicht, wo du bist. Oh nein, Patti, ich bin nicht in der Palme. Bitte guck nicht in der Palme, Patti. Da bin ich sowieso nicht. Guck nicht in der Palme, Patti. Bitte nicht, auch Patti. Bisschen. Hab ich doch gesagt. Patti, du hast noch eine Minute. Lumex, du bist so gemein. Hä, warum? Ich hab ein ganz normales Versteck, Patti. Lumex, hast du wieder Cheats? Ich hab keine Cheats, Patti. Ich bin ganz normales Versteck. Lumex? Du hast noch 25 Sekunden. Ich cheate nicht, Patti. Wie oft noch? Ich cheate nicht. Ich bin in einem ganz normalen Versteck, Patti. Lumex, ich kenn das in deinen Videos, wo du mit Clash Gums Prick machst. Ach, du meinst Kevin das Ei. Clash Gums. Clash Gums. Lumex, ah ja. Patti, ich will dich jetzt echt nicht enttäuschen, aber du hast nur noch 30 Sekunden. Patti, ich geb dir einen Tipp. Ich bin ganz am Anfang bei den Stacheln, okay? Lumex, du hast Cheats. Ich hab keine Cheats, Patti. Das ist voll unfair. Patti, du hast noch 20 Sekunden. Patti, das ist nicht unfair. Ich hab noch 20... Du hast nur noch 15 Sekunden. Komm zum Anfang. Komm zu der Stacheltreppe, Patti. Komm zu der Stacheltreppe. Du bist nicht bei der Stacheltreppe. Was? Hä? Patti, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Patti, pass auf. Komm mal her. Patti, komm mal zur Stacheltreppe. Ich zeig dir, wo ich war, okay? Bist du? Guck mal. Da war ich. Das weißt du nicht. Hä, doch. Ich war ja die ganze Zeit. Lumex, du bist ein Cheater. Ich spiel mit dir nie wieder. Du machst das kein Spaß. Patti, mach das aus. Das ist nix für kleine Kinder. Ich würde sagen, das war wohl an der Stelle nix mit deinen Stun betogen. Sondern was auch immer du haben wolltest. Ich würde sagen, an der Stelle hatte ich wieder mal die krassesten Verstecker am Start. Ist das jetzt gegangen oder was? Ich würde sagen, Leute, wenn ihr mehr Bock auf solche krasse Folgen habt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, die Verstecker haben euch gefallen. Und so würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis heute. Ich bin raus. Kakao. Ciao. Pschum.